Heute um 22.30 Uhr läuft Expendables auf ProSieben. Zehn Sekunden, ihr werdet nicht glauben, was gleich passiert. Für Arnold Schwarzenegger war der Film etwas Besonderes, da nach sechs Jahren Filmpause er endlich wieder auf der Leinwand zu sehen war. In Deutschland ist die Synchronstimme von Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone Thomas Dannenberg. Das war irgendwie vorher keinem aufgefallen. Warst du krank? Du hast Gewicht verloren. Echt? Was immer ich verloren habe, musst du gefunden haben.